So, Moin, da sind wir zurück. Ich spiel' diesmal Pool Party 6, dabei ist Valdi mit Nocturne. Ja, Valdi kann's auch was sagen, genau. Baylife mit Lissin. Baylife mit was? Lissin. Ach so, hallo. Mauldufurz mit Blitzcrank. Yes, Sir. Und X-Cubes, X-Cubes Arz, der aber nicht im Kingspeak ist. Und ja, äh... Mit Israel, das musst du auch sagen, meine Güte. Was, das ist das erste Mal, oder was? Gif dir einfach mal Sachen, ey. Ja, ja, das erste Mal. Und Baylife, wie lange hast du Warteschlange? Ähm... Noch... zwei Minuten. Aha. Und wieso krieg ich immer die OP-Champs, wenn nicht mit dem Spiel? Also, gegen Morgana muss ich jetzt spielen, das ist so kacke mal. Morgana ist eine OP. Morgana ist eine OP. Morgana ist eine OP. Ey, der gegen ein Fiddle-Grab. Ich hab den coolen Skin. Hurra! Alter, ist sogar keine Warteschlange mehr. Ich glaube, die Warteschlange hat überhaupt keine Warteschlange, Mann. Doch. Welcome to Summonate City. Ja... Ich bin gebildet wie Lehrer. Hab das Sagen, die Trainer. Ein bisschen Spaß gegen die Beste. Ich hab die. Hast du die jetzt echt in den Skin gekauft? Ja, ich hab immer noch 4800 Ride-Points, aber okay. Warte mal ganz kurz. Also, klickt alle nicht mehr die Videos an. Ihr gibt nur Geld. Ja, weiß doch jetzt schon fast jeder, dass ich YouTube-Partner bin. Ja, also. Also, ich hab dich schon wieder abonniert und guckt deine Videos nicht mehr. Also, nicht mehr anklicken. Das ist egal. Solange Devil jedes Video anklickt und liket. Devil ist cool. Ich dislike ab sofort immer alles. Äh, nein. Das gibt doch auch Geld für ihn. Also, du darfst ihn nicht mal anklicken. Achso, nein. Ja, gut, dann. Okay, dann. Abo-Box kannst du jetzt schon mal rauskennen. Okay, schon. War mir Spaß, ne. Du klickst sowieso nicht auf meine Videos, also... Das weiß ich schon so. Aber ich bin ja auch wichtig. Ich bin ja super wie das mal rauskennet, nein. Das ist leicht so, aber es gibt Ide景, natürlich aber Cerf 2. Aber ich fände mal gut, und lege zu Ja, nein. auf jeden Fall also jetzt lange ich mach den Bluboff weil die als Maul das ist ein Bluboff ich hab ihn jetzt gemacht den Bluboff jetzt die Top-Rain-Ganken oh wie sollte die Morgana so wenig live oh die Morgana ist richtig lowlife komm go 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 oh naaa oh Alter so schlecht grad hier ge-grabbed hoffentlich hast du das jetzt nicht aufgenommen hier mal ein Distrink nein garantiert nicht hast du den Skin oder was wollte schon sagen äh hier ich hab was gefunden ich bin natürlich die Kuh auf die Möse vollkommen wasserbombes es kommt bei den ja okay jetzt machen die Kuh ist hochgesagt die Morgana spielt und dann in Zukunft wenn sie kommt an die Jahre und jetzt bin ich zum Reddorf gegangen als Maulwaldi und so um Morgana spitz zum Glück ziemlich schlecht als noch mit dem Account an wie du mal jetzt weil die Kameraden bei mir ist er gibt die Geister immer und das ein Geistern die Gepernel zum Mittel mach das hier, einfach so einfach so weil du es kannst? ja ok boah, jetzt hab ich meine weh der springt so geil, eh? schlecht jetzt mach ich einfach so Unselngeister geh ich in den zweiten Blue wie ihr denkt als Maul also wenn die Kameraden bei mir ist ich mach jetzt den Reddorf ohne Smile aber das wird auch klar mit noch den Reddorf oh, heil zum Maul, ey und jetzt zu den Goal, bei dem Goal ist halt hier Smile ready ich, ich, immute dich gleich sag noch eine Scheiße, du bist gemute, ey du nervst ja ey, das ist ein schönes Commentary-Gun ja klar das kein hier im Titel steht nicht Nocturne ja noch nicht weil die Top-Lane wie ist denn? weil die Heils-Maule hehehe hier sehr aggressive der Pushdown oh, der ist auf K ah man eins lieber, dann sind's auf Car-Kills auf Car-Kills auf Car-Kills Wasserbombe also hu hu in der Mitte dominiert bisher Six seit dem Farmvorteil wow, wie heils, Maul jetzt kommts noch am Ende willst du Gewinner und Verlierer sagen, wa? hehehe der Gewinner komm jetzt raub I'm a beast killst du sie oder ich bring dich an? hehehe guck dir das mal an, ich hab schon mehr Kills wie Yoni das geht Passiv OP ich liebe die Passiv von Six, sie ist wie geil also, jetzt, ich war, ich hab Mitte gegankt dann ziehen mein Busch rein ok, du wirst genültet, warte also weil die und tschüss wie ruhig wie ruhig Baylife ja wieso bist du krank? weil Menschen krank werden ok nicht nicht äh du ich bin der Kälte, das war's das ist so ich dachte auch, ja fisch sobald jetzt hör mal auf mit der Scheiße bitte ich hab dich ja genültet ich hab dich jetzt wieder genültet ich hab dich jetzt wieder genültet ich hab dich jetzt wieder genültet hör jetzt mal auf mit der Kacke so, ich hab Gold das ganze Gegner-Team ist nicht so toll äh Dings SS hier, ne? oder ich BOMM! Nein, Ambu ist noch hinter dir oh oh nein, ich hab dich auf ey, ich hab auf ein Mini geklickt fuck nein jetzt klingt er aufs Maul jetzt klingt er aufs Maul ah BAM Wasserbombe hier BAM Wasserbombe Wasserbombe BAM Wasserbombe Ja, das ist die riesen riesen mega ulti fette Wasserbomben Explosion Alter, was macht Jonas? Warum ist der abgelistet? Nein, guck mal da hol die dir fuck das war Fail ich hab an dir Schild nicht gedacht oh BAYLIFE oh BAYLIFE oh NSS ja man shit Loll, hast du ulti gerastet? oh man ich sollte sie holen warum kommt Jonas eigentlich nicht hier erst? keine Ahnung es ist auch egal es ist auch egal steht schon 11-2 wir hatten ja am meisten gilt's von uns 5-0 BAYLIFE was geht ab, man? was los, alter, der der hat schon 5-0, woher? ja außen lang und außen was ist ein Wixer ey, ich hab's nicht geschafft, wenn du auf zu spielen Alter, ich hoffe, dieser Alice sei etwa rekt an Krebs, ey, das ist ja ohne du hast nicht geschafft, oh man ey, ich hab zu wenig Leben ey, du mach schnell dahin jetzt mach schnell nein, das ist mein Kill meiner hau ab, hau ab, hau ab was ist meins? das ist meins? weg auf den rein du als Supporter willst ihn kill fuu ja so, ein Supporter war auch ein Ward ja, Supporter Ward mal da ja, ganz schnell mach dich mal nützlich ich hab warte, hab ich immer noch mehr Killz inzwischen hab ich nicht mehr Killz, aber ich hatte mehr Killz ja, Juxini, dann kann ja, okay, dann ziehen wir erstmal den hier ja, Juxini, du kannst schon mal anfangen nein da kommt nachher Mumu und macht Boom oh komm, wir gehen in Gang mit bis jetzt das ist scheiß Magie das ist scheiß Magie wurde angestockt ich nicht boah, das gewinnen wir ja richtig, Alter Alter 14-2 stehts easy going aber ich glaub ich muss mal anfangen zu feeden ja, feed mal extra bitte aber nur die Ash versuchst du nur die Ash die Killz zu geben mach mal bitte ne, das ist okay ich geb mir jetzt schon mal auf den Sack ich lobe nicht zu viel hier denk ey, du bist so ein Otto, ne? fick dich wirklich du kannst, du kannst unseren haben ja, nachher sagt er auch wie er denkt und nehmt sich den einfach fick dich ey, das ist doch viel zu leicht, Mann ach nein, ich will trotzdem, Blue, gib mir her, ey und hör auf, meinen Farm zu klauen guck, ey, wie ganz eh nicht lastet hier, komm jetzt gib mir mal einen Blue, Mann mach doch selber, du bist Six na, hm, Six wow für Lieter-Junger ist dein Passiv ja 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 mach nicht ja feed, aber gib Ash Kill gib Ash Kill ja 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 boah ja, war fast gut boah ich mach gleich nur Morb vielleicht Steffern haben von uns denn du hast den geklaut, ne? nein das ist genau ich hab hier was gefunden du kannst top den Farb boah wie der Oh nein, er hat meine Kuh noch getreffen müssen. Ah, jetzt ist sie noch da gekommen. Eine Kuh muss treffen, dann ist sie doch tot. Ja, mit Ult. Dann kommt nicht bei einer Ulti dahin, wenn du eine Kuh triffst. Wenn du mal ein bisschen aim bist. Mach doch. Ich hab Kuh getroffen, wieso machst du ja nichts? Geht doch. Ich hoffe nicht, warum der so oft seine Ulti da rausballert. Bin jetzt ruhig. Auf den kommen könnte er, ich mache den Ball. Du bist ja ganz nett, ja. Oh, glaubt der, Alter, wie er denkt. Pass auf, der Piss hat zwei, da. Alter, wir sind Level 8 und wir sind der Supporter von denen, also alle ist da Level 5. Kuh... Erstmal... Ach, gewollt... Halt's mal, Waldi! Ich bin ein Jungler, Mann! Einfach... die Fresse! Das ist den Kanzel eh nicht. komm ich stehe den Klauer als AP krass Alter voll krass ja komm komm NEIN komm Special Effect er hat den Turm von hinten geholt oh ist denn dann zaubert dann oh dann komm Tauere da Ol die draußen Ol wie sie failed die Alistair kommt komm den Humond da ist er Alistair ist Pre-Kill der hat überhaupt nichts überhaupt aus der Zahn geladen und tschüss aber wie er mit Eastwell Ulti noch klauen will ich weiß nicht ob ich die mit Ulti töten kann also ich gehe jetzt die damit auf der Entschlange ja zu meinem Clip habe ich vergessen zu sagen ich habe den beiden falsch gekauft ach ich habe falsche hingeworfen ey wie er denkt dass er eigentlich doch so mal einen Dragon machen kann ich ey da ist doch noch ein Amumu reingelaufen Lava ey man hat wo ich ein OP lol was steht der da vielleicht hat er genau wie wir sag bloß der ist da oben lang da ist er doch da ist er doch da ist er doch da ist er doch ist er ich bin das ist er hat es ist zu tun ich glaube ich habe es zu tun auch Zauber-Schuh-Events Oh, so lange du nicht guckst und sobald Morgana kommt, das Uncool, du nimmst Zeiten und nimmst du nicht Morgana ist sowas von schlecht Wie hat sich die nicht mehr angepasst? Ja, sie kauft extra Items gegen mich, sie kauft Rüstung So, Blitzcrank! Unser Blitzcrank hat einfach mehr Kippt als ich Ach gut Bin okay Und mehr Kipps wie Aldi Nein Die sich noch weglässt, ne? Der Mailer verkackt fast Sorry, sorry Oh, hier ist ein Lou of Justin Komm Fick dich Komm noch mal Er kann ihn gewählen Fimpelscrank, ich brauch Lou Du Bis Blitzcrank, sag mir nicht, dass du Lou brauchst, man Vielleicht haben wir schon mal einen... äh, in... Du brauchst ihn trotzdem nicht Du brauchst ihn trotzdem nicht Du brauchst ihn trotzdem nicht Komm, Aldi, wir machen Dragon Äh, komm, ich geh back Alter, ich tank's Amun muss Level 4, man In Level 9 So, also ich geh jetzt back Meiner! Ich geh jetzt in den Jungle Lady Nein! Der war leider nicht im mittleren Kreis Also ich brauch mir jetzt meine Leterne Hier, Organa Ich geh da in den Jungle Lady Ich geh da in den Jungle Lady Schneller, Blitzcrank, schneller Lauf, lauf, schade Alter Ich hab dir das Wort schlampe gesagt Wie er denkt, er kriegt mich Oder entzünden? Oh, war noch knapp, aber Krieg mich nicht Niemals Easy win, Alter Wir stehen 27-3, ey Krass Und ich bin oben Boah, es könnte besser laufen Ich hab eindeutig zu wenig Kills Elef, der Skin ist hässlich Ist mir egal Guck mal wie er läuft, Alter Wahrscheinlich ist er schon ab Geburt an blind Und hat das Laufen nicht so richtig mitbekommen Hahaha Der weiß nicht wie immer richtig läuft Ja, er war doch blind Wie soll er das sehen, wie die anderen das machen Er war nicht blind, er ist blind Meine Güte Er war Ja, er ist blind Nein, nach dem Game ist er nicht mehr blind Er war blind geworden Ey, weil die kommen dann können Ich weiß nicht, was soll ich mir kaufen Ich weiß nicht, was soll ich mir kaufen Let me Kann ich killst du dir? Was ist denn lustig so für mich so? Hä? Schurelias Ich habe jetzt 1500 Volt Aegis Aber was ist denn alles von dem Urlaub da? Hat er gelobt er wirklich? Ups Aber ich klatsch mir ja erstmal gerade ein bisschen so rein Bist es gestoppt Bist es gestoppt Die macht zurück hier auf Morgana Hä? Kann ich noch Mach zurück, warte Warte Warte, ich hatte nicht Ja, okay, egal Jetzt Wieso Uld, Alter, jetzt mal ehrlich Wieso Uld, Raid Wieso Uld, Raid Ex-Type, A Ich glaube Jonas war wirklich nicht für den Ich glaube Ex-Type, äh Überlebt er nochmal Eiskalt killst du, Alter Eiskalt killst du, Alter Endlich mal ein killst du jetzt, Alter Ich hab den lieb Du hast weniger kills wie ich Und Geronimo Als ich Als ich Als, nicht wie Als Reep Drei Drei Und nochmal zurück Einfach so das Verfahren Ja die ist zu weit Nein du kannst drappen Das ist nicht unbedingt die Anzeige Ja der geht noch etwas weiter Da Asch 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 Ah zu kling Was will der denn? Jetzt Nein Oh wie viel denn der von einer kommt passiert LOL wie einfach Macht einen Hubs Jetzt wird der Simo gekommen Soll ich die grabben? Die wurde gegrabt Die hat nur Rezi bekommen Ich bin da so halb tot Alter Ja Guck mal wie ich jetzt noch escape Voll über die Wand Okay, übertuckt, Alter Gott safe Nein Er gibt entzünden und wirft die Axt zu einem Wichser Bist du auch tot, ne? Wie bist du weg? Du bist da Hekt mal Rabadon zu holen Mikey kann es nicht, Justin Ja, wenn er mich attackt, ne? Oh, toll Oh, toll Ja, wenn er mich attackt, ne? Hoh Leila, komm mal runter. Wir machen Dragg. Scheiss auf, Greg Mahmur und der Klame Hohen Ball Guck mal, Level wir haben Level 7, Alistair Level 5, Ammo, Mo.... Loll Ok die Maun und Moose Level 5, ja Du hast das 50 Kills Und sie hunden bis schlechtere Stellen da mein Blumen 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 und die Hälfte in der Gründung der Nitzel bei der Aufschlüsse etwas zu Wort und muss man und nein ich habe überhaupt nicht gebraucht ja oh, Alter, Scheißhanty Belauch ein Köln 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 Ach, jetzt ist der Fall Belauch ein Köln Ach, was macht denn der hier? Ach, du Scheiß, wie schnell der fällt 5, immer noch 5 Ach, die labern die ganze Zeit Cheater Keinig Spray Nein Also nebenbei noch während wir im Torhau waren haben wir einen reingegrabt Ich bin Snake Surrendern die mich mal! Können wir das ganze Spiel hier ja genießen Ich will hier gar nichts genießen Ja, mit der Elf hat schon Wohl ist das Los! Meins! Ich will hier Wohl ist immer wieder Comefass Insignosity wie der Scheiß direkt in Porthand Nein, geh zurück Er hat oben auf die Karte geblickt So, jetzt zu rennen die, aber wir haben sie geahst, kommt schon. Alter, Waldi, das war gerade Endgame, voll in den Pfeil reingelarscht. Zu, U-Waffen mega geil. Nein, Waldi! Oh, oh. Aber wir nur aufgeschwimmen. Ja, laufen meine Bomben rein! Haha, so ein Kack-Novell! Alter, die haben einen Alistar Level 7 mit quasi fast keinem HP. Der meiner Momo, die schon seit drei Stunden Level 7 ist. Der Amomo hat kritt das rein. Amomo hat kritt das rein. Amomo hat kritt. Ja, einmal habe ich, ähm, Hank's Video ein bisschen gespielt. Wie, du machst das ja dann auch noch so voll Mainstream, so wie es gedacht war. Die Upstep geht mir auf die Eier. Ah, das war Wajititi und ich bin tot! What the fuck! Snoop down! Halt's Maul, das ist der richtige. Der nicht mal Ulti treffen kann, der zweimal Ulti verkackt hat. Legendary! Balev regelt davon einfach mit 21. 23-0. Da war der 20 Stück von Mixi. Mhm. Okay, Balev ist jetzt tot. Offiziell. Fuck! Haha, da hast du keine Chance. Was waren die alle von mir? Greif doch an, ne? Wo würde meine Ulti gehen, bis da? Spielte den ersten. Er hat dich einfach ungedauert. Ja, jetzt mach's jetzt mal weg. Ja, jetzt gewinnen die das Ding noch, krass. Das wär jetzt ja geil. 58 zu 12. Ist der AFK? Nein, ich bin nicht AFK. Neat, ey, start. Auf die Ulti. Boah, ist doch ein Stealer! Ich verstehe nicht, wieso Supporter Stealer. Ich bin Börser. Ich bin Börser. Ein ganzer Typ. Wir sind in der nächste Woche. Dino Mario! Wie der springt das so knuffig? Knuffig. 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 So flauschig. So flauschig. Das war bad, das war bad! Der war wirklich schlecht. Der etwa der Lose trifft an und nach. Ne. Hm. Oh, ich wird Schaden. Von weh. Keine Ahnung, Ash oder sowas. Durch mal sowieso ganz... na scheiße, jetzt ist da keiner mehr, ne? Aber wir stampen uns Alistar. Alistar oder Alistar? Alistar. Alistar? Oh, Nietzsche. Na, mach du das. Ey, du fucking... Okay, du baust auch auf AP, deswegen machst du ein bisschen Schade. Was? Ich hab mir nur Lot of Ages geholt. Ja. Für Live und Mana und so, für meine Passiv. Du baust voll Fail-Supporten und so. Also, du... Du spielst das genauso, Jax, Ben. Nun, nun, nun. Blitzkrieg braucht man das nicht. Aber ich spiel das nie im Rank so, niemals. Ey, normalerweise hätte ich mir jetzt auch bei Aegis nicht so gekauft, aber... Ich bin schon wieder tot, glaub ich weiß. Aber der Gegner jetzt hier voll am Abscholen. Du, wie hat der Logana das geht jetzt ernsthaft dann? Ah! Ich meine Fister Mumu, Alter. Drei Kills, Gott. Und da ist das Game auch schon vorbei. Aldi, ich hab genau so viele Kills wie du. Ich will da mal reinspringen mit meiner Scheiß, äh, wehe. Loll! Loll! Ich stehe da vor, Hauptsache der Dings bleibt mich an. Naja, okay, das war Six Pool Party Let's Play. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau da rein. Ciao. Adios, adios amigo. Senor Baylife. Hau train niggas. Jetzt aber bitte aufhören. Schöne In der Nähe! Hau da rein. Däuel over 30. Hau da rein. In der Nähe. Aber der Da kommt. Vielen Dank.